Ja ihr Lieben, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau am gleichen Tag, am 13.04.2023. Klar, dass das jetzt hier als Bild erscheinen muss. Ich habe ja immer mal wieder drauf geschaut beim MyLab Kanal, ewig nichts mehr gekommen. Und heute war dann eben das drin, dass es das Ende von MyLab ist. Klingt erstmal sehr, sehr gut. Also Ende nicht im Sinne von tot oder krank, Gott sei Dank nicht. Aber dass da mit dieser Hirnweichkloppung da erstmal Hirnstopp drin ist, das ist schon mal sehr erfreulich. Aber wie auch eine gewisse Frau, ein gewisses Weib Lambrecht auch wieder zurückkommen wird. Also ganz verschont werden wir nichts. Und irgendwann wird MyLab wieder auftauchen. Und möglicherweise auch im Fernsehen oder bei Terra X oder sonst irgendwo. Aber das sind ja zumindest mal ganz erfreuliche Nachrichten. Also das und viele andere Sachen könnt ihr dann wieder schauen bei VK, Bitchute, Odyssee oder Rambl. Dann vielleicht bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.